Du weißt, dass man in den großen Zeiten des Radiohörspiels in Kostümen vor dem Mikrofon stand und gespielt hat, weil die Stimme auch anders ist, als wenn du es nur liest. Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Siedekast. Hallo und herzlich willkommen zu Siedekast Nummer 96. Heute gehen wir ein bisschen zurück in die Zeit. Wir haben ja ein bisschen Luft, da die Kinos verständlicherweise immer noch geschlossen haben und wir keine Filme im Kino gucken können, sondern auf Konserve, auf Stream angewiesen sind. Machen wir heute eine doppelte Zeitreise ins Jahr 1995 und bei Zeitreisen wisst ihr ja wenig immer gerne an meiner Seite, habe der Mann, der die Jahre schon im Kino verbracht hat, wo ich wahrscheinlich noch deutlich seltener im Kino war. Hallo, lieber Peter. Hallo, lieber Jan. Ja, ich weiß, worauf du da anspielst und du ahnst gar nicht, wie sehr du da meinen inneren Nerv triffst. Ich spüre täglich, dass ich älter werde. Was mir aber dann, und da freue ich mich dann darüber, den Vorteil verschafft, dass ich mal aus dem Nähkästchen plaudern kann, denn 1995, ich frage jetzt gar nicht so indiskret nach, wie alt du da warst, aber da war ich in der Blüte meiner Jahre auch als Filmkritiker. So die 90er Jahre habe ich, glaube ich, jeden Film gesehen und die guten dreimal. Und wenn wir gleich über diese beiden Filmjahre reden, ich musste ja auch nochmal nachschauen, weil klar, ich speichere das nicht alles im Kopf ab, dafür hat der liebe Gott das Schreiben und die Menschen das Speichern erfunden. Es ist erstaunlich, wie viele Filme da in den Charts auftauchen und ich sage, ja klar, die liefen noch gestern, nee, vorgestern, ach ja, das war Mitte der 90er. Aber die sind mir noch sehr präsent, das ist das, was ich sagen wollte. Ja, 13. 13 ist die Antwort, ne? 95 war ich 13, also... Bist du da schon viel ins Kino gegangen? Mit 13, also in der Zeit ungefähr? Ja, schon, also da habe ich schon versucht, jeden Film, der mich halbwegs interessiert, der so ab 12 dann auch freigegeben ist, dort auch reinzugehen. Ja, doch, klar. Das fing so ein bisschen mit 11 an, wie Jurassic Park lief und dann seitdem war ich dann eigentlich schon sehr häufig nach Möglichkeit im Kino. Ja, ist komisch, es hat nicht nur mit meinem Alter zu tun, aber ich bei Jurassic Park und solchen Titeln, wie du sie gerade erwähnst, denke ich immer so an die neuen Filme. Ich glaube, in deinem Bewusstsein sind das Filme deiner Jugend, frühen Jugend. Bei mir läuft sowas unter, ja, das war schon zu meiner Zeit, blöder Begriff eigentlich, ne? Es gibt Filme, die man sich als Filmfänden ja so im Nachhinein zurückentwickelt, anguckt, weil man sagt, die sollte man irgendwann mal gesehen haben. Da haben sie alle drüber geschrieben oder geredet. Und wenn du über solche Titel sprichst, dann sind die bei mir abgespeichert unter gegenwärtig, was natürlich auch völliger Quatsch ist, aber eben in meiner aktiven Zeit. Ich muss gestehen, mit 13 war ich noch kein wirklich ambitionierter Kinogänger. Da gab es noch bei mir die Sonntagsmartines im Vorstadtkino, wo man dann für ganz kleines Geld ganz wüste Filme sehen konnte. Damals liefen da, ich weiß nicht was, die ganzen Godzilla-Filme natürlich, die ganzen Bud Spencer-Filme, die ganzen, also all das, was heute an Feiertagen auf RTL und RTL Plus im Tagesprogramm läuft. Aber das war, ja, man wollte einfach ins Kino, das war eine schöne Sache, die man für kleines Geld machen konnte. Und die ersten Filme, an die ich mich, also wirklich aus eigenem Interesse erinnern kann, wo ich reingegangen bin und Geld dafür bezahlt habe, das war dann so in den 70ern. Und ich erinnere mich an den Weißen Hai und dass ich einen Teil des Films hinter der Rücklehne meines Vordermanns gesessen habe, mit leichten Zittern im Unterkiefer, weil der war schocking. Und ich glaube, das ist der bis heute doch, oder? Und das sind so, das sind meine Kindheitserinnerungen, wo ich dann sagte, da muss ich rein, da schummel ich auch an der Kasse und sage, ich bin schon, ich glaube, ich war schon, aber du weißt, was ich meine. Ja, das ist so, wie wenn wir in 20 Jahren über die Avengers sprechen, dann ist das für mich halt was gewesen, was in der Blüte meiner Zeit lief und vielleicht andere damit groß geworden sind, die sagen, wie die ersten Phasen von Marvel, das ist ja schon, ah, das sind doch Klassiker. Ja eben, das ist doch das große Kino der frühen 2000er-Jahrzehnte. Klar, die Zeiten verändern sich und uns allen bleibt dieses Karussell ja nicht erspart. Ich frage es immer gerade, wo man so gerade in der Runde steckt. Und ja, aber es ist schön und das liebe ich an unserem Cast hier, dass wir uns eben mit so ein bisschen unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Dinge, auf die gleichen Dinge unterhalten. Und ich sage es mal so ganz platt, ich lerne dabei auch sehr viel. Ich lerne immer ganz viel dabei, wenn mir jemand von seinem Erleben im Kino erzählt, weil wir sind alle doch sehr, ja, wir haben unser Erleben. Und ich finde es toll, es teilen zu können und sich auszutauschen, sonst hätte so ein Postkreis ja auch wirklich nicht viel Sinn, wenn das keinen Menschen interessieren würde, was andere zu den Dingen denken und sagen, was einen was bedeutet. Das stimmt absolut, sonst wäre es eher so eine Therapiestunde zwischen uns beiden. Ja, das wäre sehr wertvoll. Ja, was unsere Hörer ja nicht sehen, im wahrsten Sinne des Wortes, ist, dass wir zum ersten Mal das Ganze halt heute auch mit Bild haben. Also wir sehen uns heute mal beim Podcasten und ja, ich wollte dich eigentlich fragen, wie machst du das denn mit deinem Friseurtermin Anfang März? Aber ich glaube, du hast gar nicht diese Problematik wie bei mir. Du siehst, bei mir ist es mittlerweile Mathe ohne Ende. Ein bisschen Howard Carponday-like, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, und wenn man das Bild von mir vor Augen hat, ist klar, dass ich mit einem Schafscherer auskomme. Ich gehöre zu den Leuten, die auch als es noch ein bisschen üppiger war, es sehr, sehr kurz getragen haben. Die haben Haare am Kopf, also an meinem Kopf, immer sehr nervös gemacht. Bei anderen habe ich immer gern gewuschelt. Ja, ja, ich war eigentlich auch immer eher Kurzträger, aber jetzt die, über das letzte Jahr habe ich sie jetzt mal länger wachsen lassen und jetzt müsste man doch mal wieder ein bisschen schneiden. Und ja, aber im März geht es ja wieder los mit den Friseuren. Vielleicht habe ich mir auch deshalb den Beruf im Dunkeln ausgesucht. Vielleicht, genau. Ja, das könnte man auch damals, wie ich ja als Filmvorführer unterwegs war, ja auch sagen, da war ich auch immer, sah ich auch selten das Sonnenlicht. Ja, und warst immer sehr viel allein, aber hast alles gesehen und immer ganz frisch. Das stimmt. Ich habe die Filmvorführer immer beneidet. Also, bevor ich selber das Privileg hatte, viele Sachen sehr früh sehen zu können und dann in einer guten Qualität, weil die Filme damals ja auch abnutzten. Wenn die dann so mit zeitlicher Verzögerung oder nach ein paar Wochen Spielzeit irgendwann mal auf Celluloid vorgeführt wurden, waren die nicht immer in Top-Qualität. Heute ist das ja dank Digital eigentlich nicht mehr so, ne? Ja, absolut. Apropos Celluloid, ich weiß nicht, hast du schon mitbekommen, dass es den Snyder Cut im März geben wird? Ja, wir bleiben im Thema für das Hörer, natürlich nochmal. Ach so, ja, ja, ich weiß wovon du bist. Ich bin mir nicht sicher, weil ich mir auch über die Qualität eines Zack Snyders nicht ganz sicher bin, wie gut er wirklich als Regisseur ist. Vielleicht sollte ich mir den Film aus diesem Grund nochmal ansehen. Der Film, von dem wir reden, hat mir im Kino, sagen wir mal, ganz dezent nicht wirklich sehr gut gefallen. Überzeugt hat er mich nicht und viele andere haben auch geweint. Und ich bin nicht der Meinung, also bisher, dass Zack Snyder so ein Genie ist, dass er sozusagen durch den Fremdschnitt verstümmelt wurde. Ich glaube, dass er sich selber vielleicht auch ein bisschen überschätzt. Ich will aber gerne die Probe machen und wenn der Film in dem Cut rauskommt, ihn mir ansehen und bin auch gerne bereit, mein Urteil zu revidieren. Aber ich habe da nicht viel Hoffnung. Ich habe bisher von ihm nichts gesehen, wo ich sagen würde, wow, der Mann hat es drauf, den kann kein anderer ersetzen oder sich in seiner Art zu denken so gut reinversetzen, dass er für ihn schneiden kann, ohne es kaputt zu machen. Und diese Attitüde, die er damit auch so vorgibt, ich bringe jetzt meinen Cut raus und dann seht ihr, wie toll ich wirklich bin. Das ist so, als wenn ein Fußballer allein auf den Platz geht und sagt, Leute, jetzt zeige ich euch mal, eigentlich hätte ich allein das Spiel gewinnen müssen. Ist mir nicht nur sympathisch, diese Einstellung. Selbstbewusst ja, aber nicht sympathisch. Ja, also es wird ja ein Vier-Stunden-Cut mit ein paar Nachdrehs, auch mit Jared Leto als Joker, den er da noch reinbringt. Ich finde halt, das Besondere an der Geschichte ist, dass er das Ganze im 4-zu-3-Format rausbringt, also in diesem IMAX-Format. Aber es mag ja sein, dass das dann für ein Kino, gerade in einem IMAX, absolut stimmig und Sinn macht. Nur wenn man den Film sogar gar nicht in die Kinos bringt, sondern wirklich nur über einen Streaming-Anbieter, dann finde ich das Format grenzwertig. Da hätte man auch eine Mischlösung finden können, so ein klassisch 16 zu 9, wie Josh Whedon auch im Avengers gemacht hat. Oder wie er ja auch im Justice League Cut, den er dann, oder in den Justice League, wie er ins Kino kam, gemacht hat. Da hat er ja auch in 16 zu 9 statt Cinema Scope gemacht. Weil die Szenen, die er genommen hat von Snyder, hatten ja auch schon immer das IMAX-Format. Das finde ich ein bisschen, wird ein bisschen komisch rüberkommen. Ich glaube, viele denken, sie hätten ihren Fernseher falsch eingestellt, wenn der dann über die Bildfläche läuft. Aber ansonsten bin ich einfach mal gespannt. Snyder steht halt für mich immer sehr viel für Style over Substance. Also extrem polierte Szenen, extrem schon geil dargestellt, Zeitlupen-Szenen. Also fast so ein bisschen Michael Bay, nur nicht ganz so krass mit Explosionen. Und das ist für mich so ein bisschen Zack Snyder. Und ja, auch wie du schon sagtest, ich lasse mich im März auch überraschen. Er soll ja auch in Deutschland weltweit gleichzeitig released werden. Es wurde noch nicht verkündet, wo. Wir gehen aber, oder man geht ja davon aus, dass das ein Deal ist, der dann auch Richtung Sky wieder geht, dass Sky das zeigt. Oder alternativ vielleicht On Demand über Amazon. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ja, apropos Style over Substance. Einmal stelle ich das generell in Frage, weil Style ohne Substance oder mit zu wenig Substance, Substanz, lass uns mal lieber wieder Deutsch reden, fällt mir sehr schnell als nicht wirklich angenehm auf. Das ist eine körperliche Reaktion bei mir. Wobei ich mich natürlich auch gerne von guter, gemachter und tollen Bildern einfallen lasse. Aber was fehlt uns da? Es gibt Leute, die choreografieren Action, die so hochklassig, da kommt ein Zack Snyder nicht dran. Es gibt Leute wie ein Bay, Garp, aber auch Bruckheimer natürlich auch in seiner Fortsetzung dessen, die Action inszenieren können. Da kommt ein Snyder auch nur schwerlich dran. Wir haben Leute, die dramaturgisch Bilder aufbauen können oder choreografieren können. Das Ganze hat für mich, und ich sage das ganz bewusst, ohne diesen Film gesehen zu haben, können wir ja nicht, immer diesen Ruch von, da versucht jemand Quantität vor, die Qualität zu schieben. Ich mache es breiter, ich mache es länger, ich mache es, ich drehe nach, weil ich ja inzwischen weiß, die Leute haben gemeckert, dass Jared Leto zu wenig Playtime hatte und, und, und. Ich gebe von allem noch dazu und noch einen oben drauf, noch einen von links und einen von vorne. Und dann geht es weltweit in den Stream und, und, und. Mir ist, ich bleibe bei dem Wort, mal diese Vorgehensweise nicht sympathisch. Und ich muss heftigst daran arbeiten, damit ich relativ neutral so einen Film mir angucken kann, weil ich mich vorher leider, ich bin nur Mensch, ein bisschen negativ auflade, weil mir das Ganze gewesen ist, drumherum, nee, Freunde werden wir nicht, der Snyder und ich. Sagen wir es mal so. Aber ich kann darauf verzichten, ich weiß. Ja, den hast du auch noch nicht interviewt, oder? Nee, der gehört zu den Leuten, die ich noch nicht interviewt habe. Ich schätze, wir werden nachher, wenn wir über 95, 96 reden, das eine oder andere Mal meine Stimme hören, die sagen, ach ja, da hatte ich mal ein Gespräch mit. Das waren so die Jahrzehnte, in denen ich zu sehr vielen Filmen, manchmal zu wichtigen Blockbustern, manchmal auch zu Geheimtipps, die nachher größer wurden oder auch versandet sind, interessante Gespräche hatte und mir persönlich viel Spaß gemacht habe. Gut. Peter, was hast du denn zuletzt gesehen? Fangen wir vielleicht mal damit an. Ich weiß, du warst nicht im Kino vermutlich. Da hast du leider, leider recht. Ich kriege langsam Entzugserscheinungen. Das heißt nicht, dass ich ihn nicht sehe, aber wie wir alle gucken zu Hause, habe mein Screen und mein Fernsehprogramm. Ich bin natürlich auch ein leidenschaftlicher Dokumentarfilm-Gucker. Das heißt, es gibt auch im regulären Programm und in den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen und bei Arte und so weiter supergeile Filme, die mir super toll gefallen. Was ich für mich entdeckt habe, vielleicht kennst du es schon, weil es eigentlich gar nicht so neu ist, ist der junge Inspektor Morse. Ein Titel, der mich anfangs sehr abgeschreckt hat, weil er für mich zu sehr, nicht nach ernsthafter, guter Unterhaltung klang. Bis ich mal so ein bisschen recherchiert habe, ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin, dass das im Grunde genommen eine Prequel-Serie ist zu einer Nebenfigur aus Lewis. Einer der besten Krimiserien weltweit, sagt man so. Wenn man auch auf englische Produktionen steht, dann erst recht. Und ich habe mir dann mal ein paar Folgen davon angesehen und gemerkt, wie wahnsinnig gut die geschrieben sind. Wie toll, weil das um die Figur in ihren jungen Berufsjahren als Inspektor geht, in den 60er-Jahren das Setting gebaut ist, von der Garderobe über die Fahrzeuge, über selbst die Art zu filmen, hat 60er-Jahres-Teil. Die Figuren sind liebevoll ausgearbeitet. Und was eine Serie ja nun mal wirklich gut macht, und das gilt eigentlich für alle Serien, ist, wenn jede Episode für sich steht, vielleicht sogar den ein oder anderen Twist noch bringt, so im letzten Drittel, aber in der Kontinuität der Gesamtheit der einzelnen Staffeln, die sind, glaube ich, mittlerweile bei der siebten, sechs sind in Deutschland veröffentlicht bisher, eine zusammenhängende Geschichte, eine Entwicklung von mehreren Charakteren, Verbindungen untereinander, die nicht immer deutlich sind, wer hat warum, oder ist er mir wohl gesonnen, oder vielleicht doch eine linke Ratte, oder komme ich an diesen Menschen näher ran, und auch Liebesgeschichten, die sich so anbaden und wieder abbiegen. Also so vielfältig im Kleinen, im Episodischen, wie in dem, was die Staffeln angeht, bis das, was über die Staffeln hinausgeht. Und dadurch entstehen Gänsehautmomente. Und ich sage als krassestes Beispiel, ich habe in meinem Leben vorher noch nicht geheult, weil jemand das Wort Frühstücksfleisch gesagt hat. Und das meine ich gar nicht erotisch. Es gab eine Szene, wo es mich, nur durch dieses Wort, es hat mich gesammelt. Ich habe geheult. Ich kann es dir jetzt lang und breit erklären. Und ich glaube, jeder, der mal intensiv eine Serie geguckt hat, weiß, es gibt so Momente, die kann man, weil die sich aufbauen, sehr lange aufbauen und einen Sinn ergeben. Und die Kunst des Schreibens liegt da drin, wirklich so einem völlig profanen Moment, wie das jemand Frühstücksfleisch sagt. Und du weißt, was das bedeutet. In dem Zusammenhang. Dann hat dieser Film eine unglaublich tolle Film, diese Serie eine gute Filmmusik, die übrigens immer mit dem Morsezeichen für M-O-R-S-E startet. Und daraus wird ein Rhythmus, daraus wird eine Melodie. Und dann kommt ein Moll-Akkord, der sich aufbaut. Und dann läuft der Vor- oder Abspann. Gänsehaut. Toll gemacht, super gemacht. Tolle Darsteller. Wirklich großartige Theater- und Fernsehdarsteller. Vorwiegend oder ausnahmslos aus England. Für mich eine absolute Entdeckung. Und ich könnte mich vorne und hinten, links und rechts ohrfeigen, dass ich da erst jetzt aufgekommen bin, weil ich vor diesem Titel zurückgeschreckt bin. Im Original heißt das Ding Endeavor, was so viel wie Bemühen heißt, glaube ich. Und aber der Vorname dieser Figur ist, der ja laufend verschweigt, sich nur mit Nachnamen anreden lässt, oder sehr, nein, nicht glücklich darüber ist, so einen merkwürdigen Vornamen zu haben. Das Ganze spielt in Oxford, wo er als Student gelebt hat, aber sich aus dieser Gesellschaft zurückgezogen hat, weil er sich da nicht wohlgefühlt hat. Er ist als Polizist, als Quereinsteiger in den Polizeidienst gekommen, wo er auch beäugt wird als Intellektueller. Also da auch so gegen Widerstände ankämpfen muss, Förderer findet, Leute findet, die ihm von hinten ins Knie schießen wollen. Und ganz merkwürdige Frauenbeziehungen hat. Naja, aber es gibt auch viel, mit dem man sich identifizieren könnte, wenn man so zwischen verschiedenen Welten schwebt, was er tut. Und er löst seine Fälle, also er löst sie nicht alleine, natürlich nicht, manchmal gegen die Widerstände seiner Kollegen, manchmal mit seinen Kollegen. Er wird beäugt für seine extrem intellektuellen Ansätze, mit denen er da rangeht. Und manchmal sagen sie auch, jetzt reicht es mal langsam, du willst aus allem irgendwie so eine klugscheißer Nummer machen. Und irgendwie hat er dann zum Schluss recht, manchmal aber auch nicht. Aber auch manchmal kommt es anders, als er es erwartet hat. Aber es ist für den Zuschauer immer überraschend. Und ich habe noch keine Folge erlebt, bei der ich am Ende gesagt habe, oh, das habe ich alles genauso kommen sehen. Gibt es da nicht. Also mein heißer Tipp, trotz dieses merkwürdigen Titels, Endeavor, der junge Inspector Morse, läuft im Augenblick wunderbar werbefrei auf ZDF Neo. Sehr cool. Ja, ich habe gerade mal geschaut, das ist typisch englische Serie, eine Staffel, klingt so viel, die haben sieben Staffeln, aber eine Staffel hat im Schnitt zwischen vier, drei, vier oder maximal sechs Folgen, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie lange ist denn eine Folge? Ist das Spielfilmlänge? Ander und halb Stunden. Ja, die sind richtig schön groß. Also es sind keine Dreiviertelstunden-Episode, in der auch noch Werbepausen untergebracht werden müssen, sondern werbefreie 90 Minuten. Das heißt, du hast ein richtig schönes Spielfilm-Feeling dabei. Es baut sich auf und du bleibst drin. Und das alleine macht es schon wieder sehenswert. Und die Autos, meine Zeit, ach, am Anfang, als das in den frühen 60ern beginnt, die arbeiten sich wirklich jahreweise durch seine frühe Karriere, fahren die als Dienstwagen einen Jaguar MK2. Mein Gott, ist das schön, das Teil. Es gibt dann in einer späteren Staffel so eine Szene, wo dieses Ding eingemottet unter einer Plane steht, weil sie ein neues Fahrzeug haben. Und es ist witzig, wirklich. Und sie kommen der Lösung des Falls nicht nahe, bis sie sich überlegen, einfach nur aus nostalgischen Gründen diesen alten Wagen noch mal fit zu machen, setzen sich da rein und sind plötzlich wieder auf der richtigen Spur. Dieser Film ist voller metaphorischer Dinge auch. Da passieren so viele Sachen, die, also es ist einfach hervorragendes Storywriting. Ich habe versucht, meiner Frau zu erklären, warum ich stundenlang mir das angucke. Und gesagt, das kannst du nur verstehen und genießen, wenn du wirklich guckst. Das kann man nicht nebenher gucken, weil es wird nicht alles gesagt. Du musst zwischen Worten und Bildern die Brücken bauen, weil viele Sachen einfach völlig tonlos dir begegnen. und dir erklären, oh Mann, da ist noch eine Spur, die wir übersehen haben. Oder hier geht es weiter. Oder das ist die Reaktion von jemandem auf etwas, was passiert oder gesagt wird. Und das gibt erst neue Handlungsstränge. Und wenn du das noch so nebenbei mit einem Auge oder wie meine Frau gerne im Winter mal beim Stricken oder so nebenbei guckst, dann geht es an dir vorbei. Es ist kein reines Hörspiel und es ist auch kein Stummfilm. Es ist die perfekte Mischung aus diesen beiden Ebenen, die sich ergänzen und nicht überlappen. Denn für mich ist eine der Totsünde im Film, Dinge zu sagen, die man sieht oder Dinge zu zeigen, die schon längst klar sind. Also man muss es nicht doppelt machen. Er fordert aber, dass man konzentriert bei der Sache ist. Klingt spannend. Wenn wir in dem Genre sind, ich habe da auch was geschaut, was mir empfohlen worden ist. Vielleicht hast du es auch gesehen. Lupin oder Lupin oder wie auch immer man das gerne aussprechen möchte, schon mal gehört. Der Name sagt mir was, die Serie. Ist es eine Serie? Nee, wüsste ich nicht. Eine Serie bei Netflix, französische Serie. Ah, Assange, Lupin. Geht es um Assange, Lupin? Ja, Assange, genau. Legendärer Dieb. Gentleman, Gentleman Dieb. Ja, gut. Genau. Unser Genre. Genau. Wobei, ich erkläre es ein bisschen. Also die Serie basiert halt auf den Abenteuern des Meisterdiebs, Assange, Lupin. Omar Sy spielt die Hauptrolle, den wir alle aus Ziemlich Beste Freunde kennen. Er spielt dort den Assange Diop, also nicht den Meisterdieb, sondern er hat sich als Kind, hat immer alle Bücher gelesen und er macht quasi aber dann die Sachen, die man auch aus den Büchern kennt. Also Kenner des Buches erkennen diese Fälle oder die Sachen wieder. Copycat. Ja, genau. So ein bisschen richtig. Aber im Grunde gibt es da doch eine Hintergrundstory, dass von Omar Sy, der Vater, umgebracht worden ist. Er hat sich selber umgebracht, er hat sich erhängt, weil ihm ein Dieb, eines Colliettes untergeschoben worden ist. Und er sucht jetzt halt für Gerechtigkeit und will die Leute ausfindig machen, die dafür zuständig waren, dass der Papa quasi beschuldigt worden ist und sich dann alles auch selber umgebracht hat. So mal ganz grob. Dadurch hast du dauernd natürlich viele diese typischen Momente, wo irgendwas passiert, was er genau so geplant hat und so typisch, was einige auch sogar kritisieren, dass es zugestellt und unwahrscheinlich wäre. Aber es macht einfach Spaß, gerade Omar Sy dabei in der Rolle zu sehen, weil er spielt das wirklich super und super sympathisch. Es gibt aktuell eine Staffel. Netflix hat das aber in zwei Teile geteilt. Die ersten fünf Folgen gibt es bereits bei Netflix und die nächsten fünf Folgen sollen im Sommer folgen. Also wirklich auch eine Empfehlung. Es macht wirklich sehr viel Spaß, das Ganze zu sehen. Es ist sehr hochwertig produziert. Es ist sogar die erste französische Serie, die in die Top Ten der Netflix-Charts in den Staaten eingezogen ist. Und ja, also sollte man sich anschauen, wenn man Netflix-Abonnent ist, sollte man auf jeden Fall mal in Luper reinschauen. Und wenn man die alten Sachen kennt, das höre ich so ein bisschen bei dir raus, dann erst recht wahrscheinlich. Dann macht es wahrscheinlich doppelt Spaß. Ich habe keine Erinnerung mehr an die alten Sachen. Ich weiß, es gab da mal ein paar Filme, typisch französische Filme, ich glaube sogar in Schwarz-Weiß, wobei das Thema in Frankreich ein großes ist. Also literarisch begründet schon. Und ja, das macht Appetit, was du erzählt hast. Ich mag so Gentleman-Haste und dieses Genre, wo es um Coos geht, die mal auf der Kippe stehen und dann mit viel Cleverness irgendwie an dort durchgezogen werden. So stelle ich es mir jetzt halt mal vor. So genau, in die Richtung geht es. Deswegen denke ich, dass dir das wirklich gefallen wird. Ja, schau mal rein. Ist notiert. Gut, ja, hast du noch was, Filmserie? Ich müsste schwer nachdenken. Wie gesagt, ich krame mich gerade so durch meine Festplatten mit allen möglichen alten Sachen und aufgezeichneten Dingen. Und das meiste packe ich gerade auch ein, weil ich mitten im Umzug stecke. Insofern, so wahnsinnig häufig schaffe ich es gar nicht zu sehen. Aber wenn man gute Tipps bekommt, so wie gerade, befürchte ich, dass die nächsten Kautons jemand anders backen muss. Genau, genau. Ja, ich hätte sonst noch einen Film. Ja. Ich habe mir den Film, den hast du vielleicht sogar gesehen. Ich weiß gar nicht, ob der in meiner PV schon lief. Der ist jetzt nicht ganz alt, aber auch nicht ganz neu. Der Film Edison. Den hätte ich gerne gesehen. Ist doch mit Benedikt? Benedikt. Ja. Cumberbatch, genau. Richtig. Ein Leben voller Licht. Ich habe da ein bisschen was drüber gelesen und die einen schreiben ganz katastrophal alles drüber und die anderen waren durchaus angetan. Also ich bin gespannt, was du sagst. Genau, gerne. Es gibt vielleicht auch, ich hole nochmal aus, es gibt neben Edison ein Leben voller Licht. Lustigerweise fast gleichzeitig wurde auch ein weiterer Film released, nämlich Tesla. Und der Film Tesla setzt den Fokus auf Tesla, der aber auch natürlich in Edison auftaucht. Und ich meine, ich glaube auch andersrum. Ich glaube auch, dass Edison in Tesla auftauchen wird. Macht auch Sinn. Erstmal zum Cast. Benedict Cumberbatch, Tom Holland, unser Spider-Man und Michael Shannon vielleicht zu erwähnen, die dort mitspielen. Es ist so ein typischer Benedict Cumberbatch-Film, der ihn natürlich sehr stark im Fokus setzt, aber halt ihn auch scheitern lässt. Also er ist ja felsenfest von seinem Gleichstrom überzeugt, während, jetzt muss ich gerade gucken, wer war denn? Ach genau, George Westinghouse, gespielt hat von Michael Shannon, mit Wechselstrom das Ganze günstiger und auch auf höherer Reichweite anbieten kann. Und darum geht es auch so ein bisschen, gerade um die Konkurrenzsituation mit dem Westinghouse. Und ich fand es cool. Also ich hatte da meinen, ich konnte da meinen Benefit rausziehen. Es ist jetzt kein Beautiful Mind oder auch kein, wie hieß das mit der Zweite Weltkriegs-Enigma-Maschine. Den hat er ja auch gespielt. Ach Gott, der Titel, den ich immer wieder vergesse. Aber ich weiß, welchen Film du meinst. Genau, aber trotzdem, es ist halt ein typischer Cumberbatch-Film, der dort die Entwicklung halt von dem Edison darlegt. Und ich fand das ganz cool. Also er ist übrigens von 2017, deswegen hätte er theoretisch auch mal im Kino laufen können. Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt jemals passiert ist. Aber ja, ich hatte da meinen Spaß dran. Und worauf ich hinaus will, ich freue mich jetzt auf den Tesla-Film, weil der soll doch ein bisschen, einige sagen sogar, der ist besser. Der hat zwar nicht diese hohen Schauwerte, wahrscheinlich, weil er weniger Budget auch hatte beim Film. Aber ich bin mal gespannt. Tesla, der war übrigens vom letzten Jahr mit Ethan Hawke in der Hauptrolle, und Kyle MacLachlan als Thomas Edison. Da bin ich jetzt mal gespannt und werde mir das Ganze mal in Anführungsstrichen aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der von Tesla anschauen. Der hat natürlich wahrscheinlich die spannendere Background-Story. Als Migrant in Amerika kann man sicherlich das Ganze spannend aufbereiten, als ein Amerikaner, der, war doch Amerikaner, na ja, klar. Edison. Edison, einer der größten Erfinder und Ingenieure des frühen 20. Jahrhunderts. Und natürlich, dem Mann verdanken wir wahnsinnig viel, wovon wir heute leben, oder mit dem wir heute leben. Und Tesla hat eigentlich das dramaturgisch interessantere Leben. Ein nicht weniger begabter Wissenschaftler mit großartigen Erfindungen, aber dem das Schicksal immer wieder Steine in den Weg gelegt hat. Also sein Leben ist eigentlich das mit den größeren Fallhöhen, muss man sagen. Und der leider bis heute weniger Bekannte, wenn man Elon Musk-Produktserie mal außen vor lässt. Bis dahin war der Name nur Leuten irgendwie ein Begriff, die sich ein bisschen mit Physik beschäftigt haben. Der Film, von dem du gerade sprachst, war es Imitation Game, ein streng geheimnis Leben, wo Camerbatch, nämlich diesen Wissenschaftler, spielt halt im Grunde genommen die Entwicklung des Computers sehr weit nach vorne getrieben hat. Alan Turing war sein Name. Musste ich gerade mich selber erst mal ein bisschen schlau machen. Genau, der Turing-Test. Richtig, der Turing-Test. Und dessen Schicksal natürlich auch höchst dramatisch geendet hat und dem Apple angeblich sein Markenzeichen verdankt. Ich denke, die meisten wissen, wovon ich rede. Angewissene Apfel und so. Ja. Richtig, richtig, klar. Aber ich mag diese Filme, die sich mit diesen Biografien beschäftigen, gab es ja immer wieder mal welche. Und es waren ja auch mal, wie hieß das gute Stück nochmal, in dem Hugh Jackman und Christopher Bale zusammen... Ach nee, das war... Nein, das war ganz was. Christian Bale? Ja, nein, aber da tauchte nur Tesla in einer Randfigur vollgespielt von David Bowie auf. Ich bin jetzt wieder komplett von der Linie abgekommen. Ah, okay. Mein Gott. Manchmal funktioniert mein Hirn gar nicht und manchmal da, wo es keiner erwartet. Ja. Nicht so schlimm. Also wie gesagt, kann ich empfehlen, sobald der irgendwo verfügbar ist, schaut euch auf jeden Fall mal Edison an. Wie gesagt, den anderen Tesla, ich glaube wahrscheinlich, dass der auch sehr gut sein wird. Ich habe ihn leider nur noch nicht gesehen. Das steht als nächstes auf meiner Agenda. Gut, ansonsten, ich habe natürlich weiter WandaVision geguckt. Das ist wahrscheinlich aber nicht so dein Miltier, vermute ich mal. Ich weiß nicht, ob du Disney Plus abonniert hast. Es ist nicht mein Streaming-Dienst, sagen wir es so. Ansonsten habe die Trailer mir schon Appetit gemacht. Oder WandaVision. Kann ich mir vorstellen, dass da vieles Interessantes, Witziges, Überraschendes passiert. Erzähl mal was. Absolut. Ja, wie gesagt, ich will da nicht spoilern, das kann man machen, sobald die Serie durch ist. Aber sie, auch für dich als Cineast oder als Freund des Films, ist es halt super spannend. Die haben halt wirklich in den ersten 1, 2, 3 Folgen haben sie die Sitcoms der 50er, 60er, 70er, also verliebt in eine Hexe und, und, und. Diese Schwarz-Weiß-Sitcoms haben sie dort wirklich quasi nachgemacht oder nachgeahmt. Auch wirklich in Schwarz-Weiß, im 4 zu 3 Verhältnis, die ersten Folgen. Sobald es dann in die, ich sag mal, wirkliche Welt ging, dann ging es wieder auf CinemaScope. Also die haben wirklich auch mit den Bildformaten gespielt. Und dann, gibt es natürlich eine Story außerhalb dieses, dieser, dieses Bereiches, den Wanda dort quasi wie in The Dome, so ein Schutzschild drumrum gemacht hat, ihre eigene kleine Fernsehwelt, geht dann weiter in die, in die 70er, 80er Jahre über, ähm, warte, Full House wird in den 90ern parodiert, in den 2000er Modern Family, 70er weiß ich gerade gar nicht mehr, muss ich gestehen, fällt mir gerade nicht ein, aber die haben wirklich immer den Zeitgeist der jeweiligen Serien, auch wie es gefilmt wird, wie die Kamerawinkel sind, ne, ist es wirklich mehr so mit Einspielern von Lachern, also quasi on stage, ähm, so wurde es dann gefilmt, oder halt dann später bei Modern Family in diesem Monumentary-Style, dass die zu der Kamera gesprochen haben, also die haben sich da wirklich so viel einfallen lassen, und dann plus die eigentliche Hauptstory drumrum, ergibt das etwas, was ich lange nicht so gesehen habe, und meiner Meinung nach mit das Beste ist, was Marvel, ähm, rausgebracht hat, also da, da funktioniert das gerade, diese Serienformen, sowas von gut im Verhältnis zu einem normalen Film, und ist so anders als ein normaler Film, also ich freue mich jetzt auf die letzten zwei Folgen, und, äh, wie es, wie es weitergeht, ähm, die werden da ja irgendwann dann den Verknüpfungspunkt finden, Richtung, ähm, Richtung Doctor Strange and the Multiverse, also Multiverse, verschiedenen Welten haben wir, ist sicherlich ein Thema, äh, Spider-Man haben sie jetzt den neuen Titel ja gestern bekannt, oder vor ein paar Tagen bekannt gegeben, ähm, No Way Home, also die haben wieder das Wort Home mit drin, der erste hieß ja Homecoming, der zweite Far from Home, und der dritte heißt jetzt No Way Home, ähm, wo wahrscheinlich auch mit diesem Multiverse gespielt wird, also es wird ja spekuliert, dass Tobey Maguire, aber halt auch der andere Spider-Man, dass die alle darin auftauchen, Doc Ock wurde ja wieder bestätigt, auch, ähm, auch der, hier der Blitzmann, ähm, Elektro, der wurde ja auch wieder, ähm, mit Jamie Fox bestätigt, also man geht von einer Multiverse-Geschichte aus, und genau das gleiche wird ja auch dann mit Doctor Strange sein. Was ganz interessant ist, dass WandaVision ja kurz nach Endgame spielt, also nachdem die Leute wieder erschienen sind, die, die Hälfte der Bevölkerung, bevor sie, äh, nachdem sie ja weg waren, dann sind sie wieder erschienen, und, ähm, der zweite Spider-Man-Film, Far from Home, der spielte irgendwie zig Monate danach, und, ähm, jetzt kann man sich vielleicht erklären, warum die Menschen sich in diesem Film nicht gewundert haben, dass dort jemand aus einer anderen Dimension kam, ein anderer, vielleicht erinnerst du dich, gespielt von, von dem, ähm, Gyllenhaal, ähm, Jake, den, den Antagonisten quasi, diesen Mysterio, Jake Gyllenhaal, genau, der sagte, ja, ja, ich komm aus einer anderen, aus einer Parallelwelt, und da bin ich Superheld, und ach, hier ist ja alles ganz anders, so kam, so hat er sich ja vorgestellt, da hat ja keiner sich drüber Gedanken gemacht, sondern hat das einfach erst mal so akzeptiert, und nach, im Nachhinein war er ja auch ein Scharlatan, aber allein auf diese Idee zu kommen, könnte man jetzt davon ausgehen, wenn dann die Ereignisse ja von WandaVision davor spielen, und auch eventuell der Dr. Strange, dass das halt ein Resultat ist, dass dort halt zu der Zeit, auch wenn wir es noch nicht wissen, dieses Multiverse-Gedanke schon mit drin ist, und sonst würde, würde ja diese Erklärung gar keinen Sinn machen, eigentlich, wenn man mal genauer drüber nachdenkt. Ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, Just a random fact. Ich bin mir manchmal gar nicht sicher, ob ich überhaupt in der Lage bin, so genau darüber nachzudenken, und andererseits bin ich da manchmal sehr, sehr beeindruckt, mit wie viel weit sich das ganze Marvel-Universum fürs Kino aufgearbeitet, und nicht nur Kino, das eben auch für die Streaming-Dienste aufgearbeitet wurde und vernetzt wurde. Da müssen wirklich vor anderthalb Jahrzehnten, oder wie lange sind die ersten Filme, der erste Iron Man her, oder war es der erste Hulk mit Edward Norton, der schon unter dem Label lief, aber nicht gut ankam, aber man hat sich die Gedanken und dieses Konstrukt und diese Welt aus den Comics übernommen, aber schon aufbereitet für diese ganze Kino-Wolke, muss man ja sagen. Respekt, also so viel Weitsicht, wahrscheinlich nicht ganz selbstlos, also man hat sich schon gehofft, dass das auch erfolgreich sein wird, was es ja auch ist, und sei es ihnen gegönnt, aber wenn was die amerikanische Unterhaltungsindustrie kann, dann sowas. Und es soll halt noch einen sehr spektakulären Gastauftritt in den letzten Folgen geben, von dem man noch nicht weiß, wer es sein wird, und jetzt mache ich einen kleinen Spoiler-Warnung an dieser Stelle, also falls jemand WandaVision noch gar nicht gesehen hat und komplett ungespoilert reingehen will, ich weiß, Peter, für dich ist das nicht so tragisch, ich werde es auch nicht zu tief im Detail besprechen, in der vierten Folge oder vierte, fünfte Folge rum, taucht der Quicksilver aus den X-Men-Filmen auf. Weißt du, der immer diese tollen Szenen hatte, wo alles stehen geblieben ist und er alles irgendwie umgestellt hat, der taucht auf in WandaVision. Wow. Multiverse. Vielleicht hat man dadurch schon die X-Men, also die X-Men, die wir kennen, in das MCU mit reingebracht, durch diese Multiverse-Geschichte. Genau. Und mal gucken, vielleicht kommt ja Magneto in der letzten Folge, also das ist reine Spekulation, es gibt noch wirklich überhaupt keinen Indikator, wer am Ende auftaucht, es soll angeblich irgendwas Spektakuläres sein und der, ich glaube Paul Bettany, der Darsteller von Vision hat gesagt, dass es was ganz Besonderes war oder dass er mit dem Schauspieler, Schauspielerin noch nie zusammengearbeitet hat, von daher mal schauen, wer da noch kommt. Dann kann es doch nur, nein, sollen wir mal Gerüchte in die Welt bringen, also eins, wo es überhaupt keinen Anlass zu gibt, wie das mit Han Solo. Also das wäre doch klar, das, komm, also jetzt, jetzt streng dich mal an, irgendwie muss das gehen. Nein, also, okay, okay. Bitte streichen Sie in Ihrer Erinnerung diese letzten zwei Sätze, es gibt keinen Anlass dafür, sie zu sagen, es war einfach die pure Spekulation und ein bisschen Gehässigkeit, dass irgendjemand jetzt ernsthaft darüber nachdenkt. ist alles unter der Disney-Fahne, also denkbar wäre es. Und vielleicht auch, das ist wahrscheinlich nicht damals geplant gewesen, aber ich finde das schön, dass Sie sie wieder reingebracht haben. Falls du dich an den allerersten Thor-Film erinnerst, im allerersten Thor-Film gibt es ja diese, also Natalie Portman, diese Wissenschaftlerin, die ja dann auch auf Thor trifft, und sie hat ja noch diesen Mann, diesen Skaskart, gespielt von Skaskart, Stellan Skaskart, der diesen Wissenschaftler spielt, der auch dann im Avengers-Film von Loki beeinflusst wird und das Tor der Dimensionen da öffnet. Aber es gab ja noch eine weitere, die halt im Avengers nicht mehr auftaucht, die aber im ersten Tor auftaucht, diese Assistentin. Und mit so einer Brille, so eine Assistentin, und die spielt auch in Two Broke Girls in so einer Serie nachher noch mit. Und die ist wieder in ihrer, im Endeffekt, ja, die ist in ihrer gleichen Rolle wieder als Wissenschaftlerin, dann in WandaVision. Und macht da wirklich eine super Figur auch. Also finde ich cool, dass sie sie aus den Thor-Filmen dort wieder mit reingenommen hat, in derselben Rolle. Was immer es so machen soll. Nein, ich bin immer beeindruckt von diesem Networking zwischen den einzelnen Ebenen und Geschichten und Charakteren. Und da muss man, glaube ich, mehr als ein Gehirn für an den Start bringen, um das alles. Und FBI-Agent Jimmy Voo ist ja auch mit dabei. Den kennst du aus den Ant-Man-Filmen als Aufpasser vom FBI Richtung Scott. Und das Coole ist ja, in den Ant-Man-Filmen zeigt Scott Lang ihm ja immer diesen Kartentrick. Und Jimmy Voo's erster Auftritt, wenn er auf Monica Rebeau trifft, sag ich gleich noch was zu, ist, wie er seine Visitenkarte so aus dem Ärmel zieht. Oder hat er sich den Trick aus Ant-Man von Ant-Man angeeignet und nutzt ihn jetzt in WandaVision. Fand ich halt auch eine sehr, sehr schöne Nummer. Und ja, Monica Rebeau sollte man vielleicht noch mal kurz erwähnen, falls du Captain Marvel gesehen hast. Ja, aber das ist sehr blass in Erinnerung. Captain Marvel hat eine Freundin, eine schwarze Freundin, die mit, mit auch auf diesem Flugzeugträger ist, die auch Pilotin ist. Und Monica Rebeau ist die, ich hoffe, ich sag das richtig, ist jetzt die Tochter von Dizzer. Also, sie kennt auch Captain Marvel, weil die Mutter von ihr halt in den 90ern eine enge Beziehung mit Captain Marvel hatte. Und die Tochter, die man auch als kleines Kind in den 90er Jahren sieht von Captain Marvel, die, wie gesagt, spielt auch eine Rolle in WandaVision. Also, so knüpft alles wieder zusammen. Just for info. Also, musst du dir mal anschauen. Also, WandaVision macht richtig viel Spaß und selbst meine Frau mag die Serie und die kann eigentlich mit Marvel nicht mehr viel anfangen. Die guckt zwar fast alles mit, irgendwie einmal notgedrungen, aber WandaVision, ich glaube, das ist was, wo sie selber sagt, das ist echt, echt gut. Da zeigt sie mal wieder, wofür ein Ehevertrag gut ist. Genau. Schreibt halt Paragraph 3 mitgucken. Genau, wenn du die Serie gucken willst, du kannst ja einfach, ich glaube, 30, man nimmt es einfach einen Monat, du kannst ja monatlich kündigen, guckst einmal die sechs Folgen oder neun Folgen, neun Folgen durch, eine halbe Stunde scheinbar, vielleicht werden die letzten auch ein bisschen länger, aber es ist auch schnell geguckt. Sobald ich ein bisschen Lücke habe, stürze ich mich da drauf, wirklich, weil da habe ich Appetit drauf, da freue ich mich über richtig, aber es ist leider eine lange Liste und man weiß nicht so genau, wo man anfangen soll oder einsteigen von oben weg. Nee, manchmal mittendrin, es ist zu viel momentan, was ich gerne möchte und im Augenblick leider nicht schaffe. Deswegen würde ich sagen, gehen wir in die Vergangenheit, oder? Eine Reise in die Vergangenheit. Weil da ist der Vorteil, du hast die Filme ja noch alle im FF, im Langzeitgedächtnis, gerade 1995, da sind, ja, da kann ich mich sogar an einen Film hier erinnern, wo ich definitiv auch im Kino war, von daher, und ich war ja in mehreren, glaube ich. Ich würde sagen, auch da machen wir wieder, fangen wir so ab Platz 20 an, außer du hast irgendwas dort darunter, was du gerne erwähnen willst, ansonsten würde ich vorschlagen, wir starten mit Platz 20. Ich könnte einfach zwei, drei Titel kurzer drunter erwähnen, die für mich interessant sind. Ein Film, den wir heute zu den, ich sag mal, Überlebenden der 90er Jahre und den guten Filmen zählen, nämlich Mary Shelley's Frankenstein, hat es in Deutschland nur auf 39 gebracht. Kenneth Branagh, Regie und Titelrolle und Robert De Niro als das Monster, ist mir auch in Erinnerung geblieben, weil ich das Vergnügen hatte, Branagh zu interviewen zu diesem Film und es war schon beeindruckend. Unter meines wirklichen Brain. Im Augenblick sitzt er ja an der zweiten Akupor-Rofa-Filmung, Tod auf dem Nil. Und auf die... Die ist aber fertig, ne? Ich glaube, die warten ja nur darauf, dass man ihn wieder releasen kann. Der sollte ja Weihnachten kommen, ne? Ja. Ich denke, der wird bald kommen, wenn die Kinos aufmachen und dann wird das Geschacher um die Termine losgehen, denn die können ja nicht alle gleichzeitig starten, die jetzt auf Halle liegen. Aber wie gesagt, ein Film, den ich bis heute immer noch zu den wirklich tollen zähle. Ein anderer Film, der auch zu den Klassikern zählt, auch wenn die Fortsetzungen nicht alle besser geworden sind. Michael Bays, Harte Jungs, Bad Boys. Nur auf 30. 30, ne? wo man heute sagen würde, das war noch ein Top-Film des Jahres. Bei Batman Forever auf 27 von Joel Schumacher. Gott hat ihn selig. Ich glaube, letztes Jahr ist er verstorben. War ja in der Franchise-Part einer der weniger gemochten Filme. Ich glaube, es war George Clooney, der mit seinem Nippelkostüm viel Aufsehen erregt hat. Aber ansonsten war da, ja, es war halt Schumacher. Sehr bunt, sehr poppig. Ich taste mich mal kurz an die 21 noch mal ran, den ich auch damals, ich weiß nicht, wie ihn gefunden habe. Nämlich der erste Ritter. Das war so die Arthos-Sage auf Amerikanisch mit Richard Gere, den ich so gar nicht in Ritter-Filmen verortet hatte mit einem kleinen Part für Sean Connery, der für mich so in die Phase gehört, als er anfing, diese Vaterrollen zu übernehmen. Manchmal als Papa von Indy Jones, manchmal als Richard Löwenherz in Robin Hood und, und, und. Bekam dann wirklich Szenenapplaus, weil der wirklich einfach großartig war. Dann darf ich jetzt noch vielleicht auf 20 einsteigen. Das waren die Brücken am Fluss, ein Clint Eastwood-Film, wo ich mich bis heute daran erinnere, dass einer meiner allerbesten Freunde, den ich in diesen Film gelotst habe, mir danach bald die Freundschaft gekündigt hatte, weil das ja angeblich ein Eastwood-Film sein sollte und für ihn war zu der Zeit Eastwood alles andere als ein sehr sentimentaler Film mit Meryl Streep und ein wunderbarer Film, aber bis heute kriege ich da Sprüche zu hören, obwohl er selber die Erfahrung gemacht hat, dass Eastwood mehr ist als der schlitzäugige Rächer, der nicht viel erzählt. Vor allem als Regisseur hatte er hier was er drauf hat. Ja, möchtest du übernehmen? Oder? Gerne. Ich würde auch noch mal kurz, genau. Nö, das passt schon. Das ist ein guter Einstieg. Ich wollte nur gerade, also mir ist auch, wie du schon gerade sagst, ist aufgefallen, dass gerade zwischen Platz 20 und 30 doch einige Filme sind, die ich deutlich höher erwartet hätte. Selbst ein Rennschwein Rudi Rüssel weiß ich, dass ich da damals mit Iris Berben im Kino war, ein Kinderfilm. Da hätte ich auch gedacht, dass der auch nicht auf Platz 38 ist, sondern einfach, weil es auch ein Kinderfilm ist, deutlich erfolgreicher ist. Genauso Ace Ventura, Teil 2 auf Platz nur 29 hat mich auch überrascht. Oder halt, ja, Batman Forever ist jetzt nicht geflüchtet. Ja, aber der ist auch doch sehr abgeschmiert, wenn man bedenkt, dass Batman heutzutage deutlich weiter vorne gelandet wäre. Auch ein Film, der bis heute im Munde, in aller Munde ist es Judge Dredd mit Stallone, der auf 31 gelandet ist. Er gilt nicht als gelungen, wahrlich nicht. Aber, ich meine, alleine, weil es ein Stallone-Film in der Blüte seiner Karriere war, hätte man vielleicht mehr als Platz 31 erwartet. Ja, absolut. Ich kann sicherlich gleich was zu Platz 17, 18 sagen. Vielleicht könntest du noch Platz 19 übernehmen, falls du ihn gesehen hast, weil da muss ich passen. Ist das ein deutscher Film? Das ist ein deutscher Film, einer der wenigen deutschen Filme in der Top 20. Das waren die dünnen Jahre für deutsche Filme, selbst in Deutschland. Stadtgespräch von Rainer Kaufmann. Lass mich überlegen. Katja Riemann sehe ich gerade. Ich habe gerade mal ein bisschen recherchiert. Katja Riemann müsste dabei gewesen sein. Ich kann mich an die Handlung wirklich nicht erinnern, denn meistens waren das immer Buchvorlagen, die so auch nur in den deutschen Bücherscharts eine kleinere oder interessante Rolle gespielt haben. Aber das waren Filme, manchmal, wo man nicht wusste, warum wollen die Deutschen sich nicht mal zur reinen Unterhaltung bekennen. Es muss immer so ein bisschen die üblichen Beziehungsproblemchen sein, die da aufgedröselt werden. Also es hat keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, außer dass ich noch weiß, dass der Schriftzug in Rot war. Auf Platz 18 Santa Claus. Allen. Das ist ja für, genau, also Santa Claus, genau. Also bei Santa Claus, vielleicht hole ich da mal kurz aus, es gibt ja auch noch einen Santa Claus Film, der deutlich älter ist. Den hat zum Beispiel meine Frau immer so in Erinnerung in ihrer Kindheit, dass sie damals immer so einen Santa Claus Film mit New York und was weiß ich gesehen hat. Aber das muss noch ein deutlich älterer Film gewesen sein. Und ich bin dann eher wirklich auch hier mit dem Film Santa Claus eine schöne Bescherung. Naja, groß geworden, aber das war für, wenn jemand sagt Santa Claus, dann denke ich natürlich an den Tim-Ellen-Film, wo Tim Allen halt den Weihnachtsmann spielt, nachdem er ihn aus Versehen über die Schippe springen lassen hat, indem er halt vom Dach gestürzt ist und er jetzt den Job des Weihnachtsmanns übernehmen muss. Und es ist auch spannend zu sehen, wie er langsam Bauch kriegt, wie er langsam weiß wird. Und ja, und er wird dann halt zum Weihnachtsmann, was auch nochmal, ich glaube, zwei, drei Fortsetzungen mit sich gezogen hat, verständlicherweise, durch den Erfolg des Erstens. Aber ja, ich glaube, die kamen auch nicht mehr an den ersten Film ran. Aber immer noch ein schöner Film, Disney, ich vermute dann auch Disney Plus eine Option, den sich nochmal an Weihnachten oder zur Weihnachtszeit hin nochmal anzuschauen. Hast du ihn im Kino gesehen? Hast du Tim Allen getroffen? Nee, Tim Allen habe ich leider nicht getroffen. Ich befürchte, er wäre auch nicht vernehmungsfähig gewesen in diesen Zeiten. Man hat ja im Nachhinein herausgefunden, dass der Mann öfter mal die Nase voll hatte. Aber klassische Buena Vista, sprich Disney-Produktionen. Ja. Und Familien-Entertainment ohne Blut, ohne Schweiß, ohne Tränen. Einfach nett, einfach familientauglich. Kann man machen und lief wahrscheinlich, lass mich raten, zur Weihnachtszeit. Einsprung auf die 17. Was fällt dir dazu ein? Star Trek Treffen der Generation. Das ist natürlich genau mein Ding. Also, das war natürlich ein besonderer Film nach Star Trek 6, wo eigentlich dann das letzte Abenteuer der Kirk-Crew zu sehen war, hat man für Star Trek 7, gerade Next Generation war im Fernsehen gerade durch, man ist direkt rübergegangen in die Dreharbeiten für Star Trek Treffen der Generation, hat man versucht, natürlich viele Originaldarsteller wieder zu gewinnen. Aber zum Beispiel Leonard Nimoy hat gesagt, nee, da mach ich nicht mit, Drehbuch passt mir nicht, gefällt mir nicht, bin ich raus. Wen sie gewonnen haben, ist halt Kirk himself, William Shatner, Walter König als Chekhov und James Doan als Scotty. Whoopi Goldberg spielt wieder mit als Geine, natürlich auf der Next Generation Seite. Und ja, wie kriegt man die beiden Generationen zusammen, die eigentlich doch nochmal, ich weiß nicht, ich glaube 80 Jahre auseinander liegen. Ja, man baut sich ein Nexus, so wie es im Film heißt, wo sich die halt dann treffen, wie in so einer virtuellen Welt, würde man heutzutage sagen, oder fast wie der Himmel oder der Vorhimmel, wo alles schön ist, wo alles, was man sich wünscht, in Erfüllung geht. Käpt'n Picard kämpft in diesem Film mit dem Tod, ich glaube seines Bruders, wenn ich richtig Erinnerungen habe, den man auch aus der Serie kannte, nach dem Angriff der Borg, hat er sich dort rehabilitiert auf dem Weingut. Ja, und es ist wie gesagt das klassische Bindeglied, wo quasi so ein bisschen der Staffelstab übergeben soll. Die Musik war von Dennis McCarthy, man hatte nicht den klassischen Theme, den man dann in Star Trek VIII wieder reingebracht hat. Es war alles so ein bisschen anders, aber im Nachhinein war es kein schlechter Film. Also es war okay, es lebte halt von der Nostalgie. Dieser Absturz, der Enterprise D war spektakulär inszeniert und ja, das bleibt so hängen von Star Trek, Treffen der Generation, der halt dadurch auch sehr umstritten war. Ja, ich denke, was mich damals wirklich ein bisschen gebremst hat in meiner Euphorie, war, dass man zu sehr spürt, dass es am Schreibtisch entstanden ist, die Idee, das Franchise auf der Leinwand jetzt in die Next Generation rüberzuschieben, weil die Alten wirklich langsam zu alt wurden. Wenn man sich anguckt, wie da die Kostüme sitzen, tja, da hätte ich die auch anziehen können. Und das war, es war wirklich so, leider so eine Kopfgeburt. Wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass Next Generation auch die Leinwand betritt. Es war insgesamt kein schlechter Film, aber ich glaube, der ganz große Jubel bleibt bei uns beiden aus. Man konnte ihn sich angucken, aber naja, es ist zum Glück danach nicht schlechter geworden, sondern besser. Wenn wir schon mal einen Star-Trek-Film in den Charts haben, dann spreche ich da natürlich sehr gerne drüber. Und ich fand halt, guck mal, Platz 17 ist ja immer noch ein ganz passables Ergebnis, wenn man gerade über die Filme nachdenkt, die jetzt alle da drunter waren, über die wir gerade gesprochen haben. Ziemlich. Und da drüber, auf Platz 16, war ein Film, Gibt's Küsschen? Ja, und zwar French Kiss. Und zwar mit zwei wunderbaren Darstellern, mit Kevin Kline und Meg Ryan, die ein Liebespaar wieder willen. Also eine klassische Liebesgeschichte. Er spielt eine Franzose, sie eine Amerikanerin und sie lernen sich kennen und es ist so ein bisschen Harry mit Sally und so weiter. Also diese ganzen Elemente drin. Zu der Zeit kommt man Meg Ryan eigentlich nur für eine Rolle, für die Herz-Glubschäugige Bambi nehmen und da braucht man einen forschen, frechen, nehmen wir doch am besten, wie gesagt, einen Franzosen, der auch so ein bisschen kulturell auf einer anderen Linie fährt als Amerikaner. Lassen die beiden so ein bisschen gegengepulten aneinander abprallen, aber die Reibungssätze führt sie dann zusammen. Es ist eigentlich immer das gleiche Rezept, aber da hat es für mich sehr, sehr gut funktioniert. Ich fand beide hervorragend, beide sehr charmant gespielt. Drumherum passiert eigentlich nicht viel. Es geht nur um diesen kleinen Liebesplot. Der Rest ist dran geflanscht und immerhin Platz 16 und das schienen ja dann auch knapp zwei Millionen Zuschauer in Deutschland auch ganz nett gefunden zu haben. Ja, sie hatte wirklich so diese 10, 15 Jahre so. Ich sag mal von 96 Top Gun bis 86 Top Gun bis 98 E-Mail für dich oder vielleicht noch Stadt der Engel. Das waren so, das war ihre Zeit. Alles, was danach und davor war, war nicht so. Man sieht sie auch jetzt kaum noch, muss man gestehen. Ich glaube, sie ist auch recht aufgedunsen, also Botox oder so. Da wurde rumgeschnippelt, es tut mir leid. Das ist ein Beispiel dafür, dass jemand in diesen Waden reingetrieben wurde nach dem Motto, du musst deine äußere Form noch ein paar Jahre halten, um ein paar Produktionen arbeiten zu dürfen. Es ging völlig nach hinten los und ich finde sie mittlerweile grotesk anzusehen. Schade. Wirklich schade. Ja. So, rutschen wir rauf? Gut. Genau. Buena Vista, wie es früher hieß. Disney bringt uns 101 Dalmatiner. wo jetzt hier auch gerade ein Trailer rauskam zu dem Film Cruella mit Emma. Blunt. Nein. Nein, nein, nein. Nein, Emma. Hilf mir. Emma, Emma. Ich habe es gleich. Ich cheate. Ja. Es ist Emma. Es ist Emma Stone. Emma Stone. Meine Zeit. Ich habe das Gesicht vor Augen. Ich habe selbst das Kostüm vor Augen und auch diese wunderbare Schwarz-Weiß-Risur, die man auf den ersten Fotos sieht. Ja, ich bin gespannt, ob man das wieder aufleben kann. Die Geschichte scheint ja in jeder Generation im neuen Gewand mit ein paar kleinen Änderungen zu funktionieren. Ist ja so ein bisschen die Vorgeschichte, wenn ich das richtig verstehe. Und in 101 Dalmatiner von 96, das war ja die Realverfilmung. Übrigens auch Drehbuch John Hutchis oder Hughes und Glenn Close in der Hauptrolle als Cruella. So haben wir es. Cruella de Vil. Weil das sich so schön aussprechen lässt und geschrieben sieht man, dass es De Vil da steht. Die Böse, die Teuflische. Nein, sie war klasse. Also da hat sie mir auch gut gefallen. Aber das war ja hier eine Wiederaufführung des Zeichentrick-Klassikers, wenn ich mich recht entsinne. Ach so, ist das so? Ja. Ich dachte, aber 96 kam auch der Realfilm. Kommt der nachher noch oder warum? Müsst du mal gucken. Wir sind ja noch gar nicht so weit. Schauen wir doch mal. Okay. Gut. Dann rutschen wir jetzt auf die 15. Epos. Epos. Langer Film, breiter Film. Viel Pathos. Mel Gibson ist Regisseur und Hauptdarsteller in Braveheart. Spielt den Freiheitskämpfer William Wallace. Eine schottische Legende. Und er war noch ein ziemlicher Regie-Neuling zu der Zeit. Er hatte vorher einen kleinen Film gemacht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele er bekommen hat oder wie viele er nominiert war. Es waren einige. Und der Film hat uns doch beeindruckt und gleichzeitig abgeschreckt. Denn er war natürlich auch in vielen Punkten sehr platt. Also da waren schon ein paar Szenen drin, als er als Hauptfigur, glaube ich, irgendjemand da aus seinem Turmfenster rausschmeißt. Nur weil eben dessen Gesinnung nicht so wirklich passt. und natürlich legendäre Szenen darin, wo er es killt, lupft oder wo er seine Mannen auffordert, ihn diese Schlacht zu ziehen. Mit wirklich großen Worten. Also zumindest hat Mel Gibson verstanden, wie man so einen Film zu inszenieren hat. Und brutal war er auch. Also die Schlachtenszenen, da habe ich einige mal schlucken müssen. Da hat man wirklich, ich weiß gar nicht, ob man den nachher so noch in den Kinos zu sehen bekommen hat. Wir haben ja manchmal das Privileg, vor dem letzten Schnitt die Presseverführung zu sehen. Und da dachte ich mir, hui, 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 wenn die jetzt denken, sie müssten die Freigabe so tief wie möglich ansetzen, dann wird hier viel geschnitten an dem, was geschnitten wurde im Film. Nämlich Arme und Beine und was weiß ich, was in diesen Schlachten alles abgehackt wurde und mit riesigen Fontänen da auf dem Feld lag. Also appetitlich war es nicht. Hat ihm aber immer schon gut gefallen. Hat ihm ja immer schon gut gefallen. Er hat ja auch Passion Christi ordentlich fließen lassen. Er hat so ein Faible dafür. Und man sagt ihm ja auch nach, er wäre jetzt privat nicht in jeder Beziehung der Feingeist. Kann ich aber auch nur so kolportieren, wie man es immer wieder mal hört. Ja, ja, ja. Bei Platz 14 bin ich raus. Ich habe ihn nicht gesehen mit Judy Foster. Nee. Judy Foster spielt eine junge Frau, die mehr oder weniger in der Einsamkeit lebt und so ein bisschen autistisch veranlagt ist und dann mit der Zivilisation in Kontakt kommt. Und ich kann mich und wollte mich jetzt auch nicht wirklich auf jeden Film bis ins Detail einlesen, aber ich kann mich, soweit ich mich erinnern kann, mich daran erinnern, dass es wirklich von ihr als Schauspielerin gelebt hat. Michael Aptitt, denke, als Regisseur. Vermutlich, ja. Keine unbekannte Nummer. Also sie hat diesen, ja, das ist das, wofür auch Judy Foster steht als Darstellerin und selber als Regisseurin. Nämlich für menschliche Individuen, die sich nicht lückenlos in die Gesellschaft integrieren lassen, sondern durch ihre Besonderheiten immer irgendwie eine besondere Rolle auch einnehmen und dann mit der Gesellschaft in Konflikt geraten. Und das ist so eine Par excellence Rolle für sie gewesen. Da hätte ich zum Beispiel nie vermutet, dass der bis auf Top 14 kommt, aber ich glaube, das lag wirklich dann auch an ihrem Namen. Das hat die Leute ins Kino gelockt, ob es alle befriedigt waren. Das wage ich allerdings zu bezweifeln. Es ist kein schlechter Film, wahrlich nicht, aber man kann ihn nicht in ein Genre packen und sagen, hoch, das ist jetzt, da kennen wir unsere Jodie ja wie damals im Schweigen der Lämmer oder da kennen wir unsere Jodie ja wie in ihrem ersten Film das Wunderkind Tate oder da ist sie, die toughe Forscherin aus Spherey oder das ist so zwischen allen Stühlen und deshalb sehr mutig gewesen zu machen und es hat auch nicht den Anspruch, eigentlich Massenkino zu sein und trotzdem Platz 14. Wie gesagt, ein bisschen überrascht bin ich darüber schon, nicht, weil der Film es nicht verdient hätte. Ja, absolut. Platz 13. Da sind wir wieder bei meinem Humor von den Ferelli-Brüdern Jim Carrey, Jeff Daniels in Dumm und Dümmer. Damals natürlich auch Grimassen, durch die Grimassen-Comic wie immer von Jim Carrey geprägt, aber halt auch sehr viele infantile und sehr grenzwertige Gags und Witze. Kult ist ja immer noch auch mit der Zunge an der Eisstange oder so, was ja immer gerne nachgemacht worden ist. Ja, ist halt Klamauk pur, aber ich finde gut umgesetzter Klamauk mit den beiden in der Hauptrolle. Gerade Jim Carrey kann sich da richtig austoben lassen. Es ist im Grunde genommen die Kombination aus Leuten, die hinter die Grenze gehen. Also vor der Kamera war es Jim Carrey, der seinen Partner auch dazu verleitet hat und Peter Farrelly, der nominell da als Regisseur steht. Aber es werden wahrscheinlich die Farrelly-Brüder Peter und Bobby gewesen sein, die ich übrigens, ich überlege gerade, zu welchem Film man interviewt habe. Man merkt, wenn man mit ihnen spricht, dass bei ihnen nicht nur der Schalt im Nacken sitzt, sondern in jeder Körperritze. Und sie gehen wirklich humormäßig über die Grenzen hinaus. Sie hatten sich, glaube ich, vorher doch empfohlen mit Verrückt nach Mary, dass sie durchaus in der Lage sind, den Humor ein bisschen zu stretchen. Und danach haben sie auch noch zwei, drei Filme gemacht, die ihrer Linie treu bleiben. Ich denke, der Erfolg ging immer mehr davon ab, ob die Zeit gerade das beim Publikum zulässt oder sich als ein bisschen trendy erweist, weil ihre Linie sind sie immer treu geblieben. Immer so ein bisschen dabei, ein bisschen schmierig, manchmal auch einfach Tabuthemen anpackend und klamaukig natürlich. Aber wenn man da mal Bock drauf hat, gab es kaum was Besseres, fand ich. Ja. Ja, und bei Verrückt nach Mary war es ja auch schon so sehr grenzüberschreitender Humor mit Sperma als Haargel und, und, und. Ja. Kommen wir zum aktuell, zu einem Film, der unsere aktuelle Lage vielleicht ein bisschen widerspiegelt. Outbreak, lautlose Killer mit Dustin Hoffman, Morgan Freeman, Donald Sutherland und, 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 Kevin Spacey und Co. Ja, ich glaube, dass der auch sehr häufig nochmal jetzt zuletzt angeschaut worden ist, ähnlich wie Contagion hieß der, ne? Zuletzt auch, ja. Contagion, ja. Ja, Contagion, genau. Outbreak, übrigens Regie, Wolfgang Petersen, das Boot, Eifeprüfung, etc. Großartiger Regisseur. Als der uns gezeigt wurde, damals dachten wir, boah, how strange. Wie kann man so, ich meine, uns war klar, dass es auf irgendwelchen Kontinenten schon mal zu solchen Virenereignissen kommen kann, aber da wurde ja dann auch beschrieben, wie schnell sich das ausbreitet, wie schnell es übertragen wird, wie wenig Rücksicht so ein Virus drauf nimmt, und wen er sich packt und je nachdem, wie er geartet ist, wie schnell er wirkt. Und das war schon nervenzerfetzend und kam uns trotzdem utopisch vor. Und dass das Ganze jetzt vielleicht nicht in ganz so drastischer Weise, aber ich will es in keinster Art und Weise verharmlosen, was wir gerade in der Realität erleben, aber dass da noch sehr viel Realitätsbezug sich inzwischen entwickelt hat, oder damals auch schon drinsteckte, zeigt ja, wie gut man sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hatte und natürlich eine dramatische Handlung fürs Kino gepackt hat. Das ist ja wohl logisch, dass es kein Dokumentarfilm ist, aber den kann man sich heute noch so angucken und sagen, hui, ja, Leute haben mich mit scherzen und bei so viel, bei so viel, wie soll man sagen, Zündstoff, nenne ich das jetzt mal in Anführungsstrichen, lässt sich sehr viel Drama entwickeln für seine Handlung. Ja. Apropos Drama, es gab noch ein Drama im Weltraum auf Platz 11, Apollo 13, Tom Hanks, Ron Howard, Regie, ich würde auch sagen, das ist heutzutage auch fast schon moderner Klassiker, auch überraschenderweise nicht in der Top 10, hätte man vielleicht auch nicht unbedingt vermutet, da gibt es ein paar Plätze da drüber Filme, wo ich eher gedacht hätte, dass die nicht da drin sind und Apollo 13 wäre da drin, aber ja, Apollo 13 auf Platz 11. War ein toller Ron Howard Film, ich erinnere mich wirklich auch nicht nur an die legendären Szenen wie Houston, wir haben ein Problem, es war ja wirklich sehr gut eingepackt in die Rahmenhandlung und der Raketenstart zu Norman Greenwoods Spirit in the Sky ist ja episch im Grunde genommen, dieses Stück zu nehmen und die Rakete zu steigen, zu zeigen, wie sie in den Himmel steigt. Es war übrigens der Film, bei dem wir im Frühjahr, im kommenden Frühjahr danach sehr gezittert haben, ob Tom Hanks seine dritte Oscar-Nominierung bekommt, denn davor hatte er für Philadelphia doch einen bekommen und dann für Forrest Gump einen bekommen und war damit sozusagen in der ewigen Bestenliste der Hauptdarsteller, die in Reihe Oscars bekommen, hatte er gleich gezogen mit Spencer Tracy und hätte, wenn er da nominiert worden wäre, oder vielleicht hat er die Nominierung auch bekommen, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, auf jeden Fall hat er die Statue nicht mit nach Hause genommen für diese Rolle, hätte er natürlich alle Rekorde brechen können. Wir haben es ihm so ein bisschen gegönnt, aber es wäre dann vielleicht doch ein Schlag zu viel gewesen für einen sehr sympathischen Darsteller, der aber, wie ich finde, schauspielerisch noch schlagbar ist. Es gibt ja Schauspieler, die fast nie was bekommen und trotzdem nach meiner Vorstellung ein Stückchen davor sind, aber das ist sehr subjektiv. Platz 10. Platz 10. 7. Auch ein Klassiker. Nach 7 kommt 8. Nein, nach 7 kommt nicht 8, sondern Saw. Das war damals die Werbung für Saw. Und ja, 7 geht in eine ähnliche Richtung, wird über die Todsünden, waren es, oder? Ja, über die 7 Todsünden. Regie, David Fincher, der nach seinem Debüt, kann man jetzt sagen, wenn es um große Filme geht, mit Alien 3, was ein Film war, den nicht alle geliebt haben, ich auch erst mal so gar nicht, aber hier zeigte, was er drauf hat. Für mich ein absoluter Kracherfilm, weil er ist für lange Zeit ja stilprägend gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Filme danach versucht haben, so diese Story-Konstruktion, wir haben einen Serienmörder mit System, der sich an irgendwelchen religiösen Dingen orientiert oder so und seine Serie durchzieht. Und wir wollen nicht vergessen, dass neben Brad Pitt und Morgan Freeman, das ist ein hervorragendes Hauptdarstellergespannnis, auch ein Kevin Spacey mit hier dabei war, der, ich glaube, besser war er nie. Und das meinten zumindest dann nachher auch die Leute. Er hat immerhin eine Oscar-Imaginierung eingefahren, ne? Ja. Oder fand sie ihn nicht gut? Ja, zurecht. Doch, 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 doch. Nee, ich bin aber überlegen, ob das wirklich das Beste ist, was ich von Spacey kenne. Man darf es ja heutzutage nicht mehr sagen, aber ich fand halt Spacey wirklich schon immer sehr, sehr gut in seinen Rollen. Also auch House of Cards war ihm ja auch auf den Leib geschrieben. Also, ja, es gibt schon viele gute Sachen von ihm. Seine Schauspielerarbeit, ungeachtet allen anderen Dingen, ist erstklassig. Ende, aus. Also ich, über das andere werde ich mir kein Urteil erlauben und auch nicht äußern. Aber so eine schauspielerische Arbeit kann ich beurteilen. Und die ist großartig. Es gab kleine Filme wie Capex, wo er ja wirklich sensationell war. Es gab Filme, die unterm Radar liefen und dann zu Kultfilmen wurden, wie The Usual Suspects, die üblichen Verdächtigen, die in meiner persönlichen ewig besten Top 3 irgendwie rumtummelt. Dank ihm vor allem. Und ein Dutzend anderer Filme, oder als Bobby Farren, wo er in einem Biopic eines Swing-Sängers die Songs selber nochmal eingesungen hat. Das hat mich umgehauen, wie gut er das hingekriegt hat. Ich trenne das von dem, was man ihm privat wahrscheinlich wohl zurecht vorwirft. Aber die Filme sind nochmal in der Welt. Und als Filmkritiker bewerte ich die Filme und nicht, was die Leute in ihrem Leben sonst so angestellt haben. Genau. Gehen wir weiter. Kommen wir zu Enthüllung. Douglas und Demi Moore über eine sexuelle Belästigung von einem Mann. Ja, das war, glaube ich, so ein bisschen der Aufhänger, wie man den Film damals auch vielleicht auch rund ihn zu machen, um diese Nummer mal zu bringen. Ich glaube, das Buch stammte von Michael Crichton. Kann das sein? Das ist richtig. Disclosure hieß das. Ja, und Barry Levinson, auch ein Regisseur, der sehr solide und sehr toll arbeiten kann, auch einige sehr schöne Filme gemacht hat. Ich bin da noch überlegen, ob Rain Man auch von ihm war, zum Beispiel, oder The Young Sherlock Holmes. Wirklich tolle Filme gemacht. Und ich habe mir diesen natürlich auch angesehen, war leidlich beeindruckt und habe ihn dann trotzdem irgendwo wieder abgehakt. Warum auch immer. Vielleicht ist mir das Thema nicht nah genug gegangen. Aber nichts, was ich daran bedauert hätte, ihn gesehen zu haben. Genau. Dann kommen wir zu einem wirklichen Katastrophenfilm, obwohl ich ihn gar nicht so schlecht fand. Er ging ja auch in den deutschen Kassenliefer ganz gut. Ich glaube, da hatte Kevin Costner immer noch seinen Bonus. Ja, wir sprechen natürlich von Waterworld, der damals einer der teuersten Filme aller Zeiten war und ich glaube, aber auch an den Kassen nicht so erfolgreich war. Also wirklich schon so ein kleiner Flop war. Aber in der Summe fand ich den eigentlich noch grundsolide. Ich fand die Szene spielte ja fast alles nur auf Wasser. War schon ganz cool gemacht eigentlich für damalige Verhältnisse. Ja, es war natürlich der Versuch aus dem super Blockbuster-Regisseur Kevin Reynolds, der Robin Hood gemacht hat und dem Robin Hood-Darsteller Kevin Costner wieder eine gold speiende Milchkuh zu stricken. Und der zweite Aspekt war, dass man irgendwie vorher wohl nicht geahnt hat, dass Dreharbeiten auf dem Wasser manchmal sehr kostspielig sein können. fragt mal bei James Cameron nach. Und das Ganze soll ja bei der Produktion sich immer wieder durch irgendwelche Unwetter und Kulissen, die abgesoffen sind oder Tage, an denen man nicht drehen konnte und, und, und sollen die Produktionskosten ja explodiert sein. Und das war ja das Problem. Du versuchst ja mit so einem Produkt mehr Geld reinzuholen, als du ausgibst. Aber wenn du immer mehr ausgibst, bevor der erste Cent zurückläuft, dann kriegst du ganz schwitzige Finger und dann gab es die ersten schlimmen Berichte darüber, bei den Dreharbeiten schon. Und als man nachher wusste, wie viel man ausgegeben hatte, sah man komplett schwarz. Aber der Film ist dann weltweit nicht zu der Katastrophe geworden, die man angenommen hat. Und wie wir hier sehen, war leidlich gelaufen, auch bei uns auf Platz eins. Das heißt, es wird unterm Strich kein Minusgeschäft gewesen sein. Und ich muss auch sagen, so schlecht fand ich ihn nicht. Immerhin war auch jemand wie ein Dennis Hopper zu einer sehr Stereotypenrolle als Bösewicht dabei. aber hat mir gut gefallen. Genau, genau. Gut, gehen wir mal einen weiter und kommen zu einen Film. Ja. Stellen wir jetzt mal nicht in die Rubrik deutsche Filme, im Gegenteil. Ja, genau. Es ist zwar unser Roland, aber ja, der hat natürlich auch eine Menge mit sich gezogen. Überleg alleine mal, was durch Stargate dann an Serien gekommen ist mit Richard Dean Anderson im Anschluss. Also diese, und da gab es ja noch Spin-Off-Serien. Also Stargate wurde ja fast schon so groß wie Star Trek eine Zeit lang. und der erste Stargate-Film fand ich halt auch inszenatorisch und mit diesem Setting gerade, mit diesem ägyptischen Setting auch eine coole Idee. Es war der erste Hollywood-Film von unserem schwäbischen Spielberg, Roland Emmerich. Und das erste Mal er gezeigt hat, dass er weiß, wie gute Katastrophenunterhaltung, Katastrophen gibt es ja dann nicht, aber große Unterhaltung funktioniert. Ich habe mich seiner Tage mit ihm auch darüber unterhalten dürfen, weil man hat natürlich klar uns diesen Regisseur, der damals noch unbekannt war, zum Interview angeboten. Und ich kannte, was er vorher gemacht hatte in Deutschland, diesen Moon 44 und fand das sehr interessant. Und er erzählte mir, dass sein Projekt Stargate, was er jetzt in Amerika verwirklichen kann, bei ihm schon seit Jahren in der Schublade lag und sich immer weiterentwickelt hatte und in Deutschland niemanden gefunden hatte, der sich daran getraut hatte, diese Story umzusetzen. In Deutschland war kein Produzent interessiert daran, so eine rein fiktive, rein unterhaltungsmäßige, Geschichte zu machen. Das hat er damals sehr bedauert und sich sehr darüber bei mir beklagt, dass das, was er vorhat in Deutschland nicht machbar ist und er deshalb über den starken Drang verspürt, seine Filme im Ausland in den USA zu machen, weil er sagte, ja, da macht man die Filme, wie ich sie mir vorstelle und dann hat er sie ja auch gemacht. Da kriegt er halt auch die Budgets, die man für solche Filme braucht. Ja, aber in den Zeiten, das ist das, was ich gerade bei dem einen deutschen Film sagte, war man in Deutschland nicht bereit, irgendwas zu machen, was nicht einen pädagogischen Mehrwert hat. Also, wobei der immer eher lächerlich bis peinlich war, nutzt er nichts, wenn man überall eine verkorkste Beziehungsgeschichte noch mit reinbringt. Dadurch wird ein Film nicht wertvoller, sondern nur langweiliger. Aber so war das damals. Heute hat man sich da ein bisschen von gelöst, freundlicherweise. Genau. Gehen wir auf Platz 6 und haben dort den dritten Teil der Stirblangsam-Reihe jetzt erst recht. Diesmal hat man das Setting ja dort ein bisschen verändert. Man hatte nicht mehr typisch, ich befinde mich in einem Wolkenkratzer oder ich befinde mich am Flughafen, sondern eigentlich, ich befinde mich in einer Stadt und mache dort ein Wettrennen oder ein, ja, ein Rennen oder wie auch immer. Simon Sace. Wie heißt das? Simon Sace, genau. Simon Sackt. Nein, in Amerika ist es wirklich bekannt, so ein Art Aufgabenspielchen und man hat Jeremy Irons als fiesen Gegenspieler gewinnen können, der alleine, weil es ja viel über Sprache geht, immer wenn die telefoniert haben und so und deshalb lohnt es sich diesen Film im Original anzusehen. Das ist die Stimme von Scar aus König der Löwen mit einem Irrsinnstörn, der dann durch die Leitung die Aufgaben stellt, die sie zu erfüllen haben. Es war eben der erste Teil, wo die Ein-Mann-Armee John McLean sozusagen unfreiwilligen Buddy bekam, nämlich Samuel L. Jackson, dem er an den Hacken hing und das Ganze hat so ein bisschen das Konzept verändert, aber nicht weniger gut gemacht, fand ich, oder? Nee, absolut, fand ich wirklich sehr gut. Mich hat in der deutschen Version halt sogar, oder was heißt sogar, mich hat in der deutschen Version gestört, dass der nicht durch den Lehmann, Manfred Lehmann synchronisiert worden ist, sondern er dort eine andere Stimme hatte, weil Lehmann verhindert war, was ich im Nachhinein sehr schade finde. Da hätte ich mir auch sonst eine nachträgliche Neusynchronisation wirklich mal ausnahmsweise gewünscht, weil Bruce Willis nicht mit seiner Stimme ist dann halt schon irgendwie komisch, wenn man ihn in Deutsch guckt. Ich habe irgendwann mal gehört, dass Fans versucht haben, eine Nachsynchronisation anzuleiern und Crowdfunding begonnen haben, um das zu bezahlen. Ich glaube, das ist entweder wieder eingeschlafen oder kommt demnächst. Also ich weiß nicht, wie es halt ist. Es war mal jemand im Gerede, dass man dieses schöne Filmchen gerne so hätte, wie man es gewohnt ist mit der Originalstimme von alles, nur nicht tiernau. Kommen wir zu einem Familienfilm. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel drüber verlieren. Kasper, die Verfilmung mit Bill Pullman in Hauptrolle. Ganz schönes Gimmick war der Auftritt von Dan Aykroy als Geisterjäger. So eine kleine Reminiscence Richtung Ghostbusters, weil er halt dort auch wirklich diese Rolle widerspielt. Aber ansonsten, ja, nette Familienunterhaltung und man sieht ja, recht erfolgreich gewesen in diesem Jahr. Auch da wundere ich mich ein bisschen, denn Kasper, der freundliche Geist, wie die Amik-Vorlage, glaube ich, heißt, ist in Deutschland, soweit ich weiß, nicht ganz so groß gewesen. In Amerika ist das sowas wie bei uns die Gebrüder Grimm, irgendwas, was jedes Kind kennt. Bei uns gibt man eher das kleine Gespenst, ne? Kann sein, ja. Aber Kasper war mir selber auch damals kein Begriff. Ja, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Was sagst du denn zu Pocahontas auf Platz 4, bevor wir aufs Treppchen steigen? War klassisch Disney, ne? Also man nehme eine nationalverwurzelte Legende oder große literarische Vorlage, ne? Und mache daraus mit den Disney-Zutaten eine Geschichte, in der es um Liebe geht, die ein Happy End hat. Man ändere dafür auch vielleicht die Vorlage, da ist man dann auch nicht sehr zimperlich. Drücke also den Disney-Stempel da drüber, sorge für sympathische Figuren und packe noch Sidekicks dabei, die Sympathien erzeugen sollen. Das klingt jetzt ein bisschen böse, will ich aber gar nicht so böse sagen. Und ich glaube, man hat sich damals hoch angerechnet, dass man als Disney-Prinzessin eine amerikanische Ureinwohnerin genommen hat. Das war so ein bisschen der Touch, wo man sagte, seht ihr, wir können auch mehr als nur das immer Gleiche. Es war irgendwo immer das Gleiche und es war auch immer was Neues und auch hier, dass man diese Geschichte, die auch in Amerika, glaube ich, in Geschichtsbüchern sogar entsteht. Diese Liebesgeschichte zwischen dem amerikanischen Siedler und der Indianer-Prinzessin, ich habe das jetzt mal in Anführungsstrichen gesprochen, kennt dort auch jeder, nicht nur jedes Kind und insofern hat es alle Erwartungen wohl erfüllt, sonst wäre das nicht so weit oben gelandet. War halt auch der direkte Nachfolger in Anführungsstrichen zu Der König der Löwen und hatte natürlich ein schweres Erbe, dann halt dort in den Kinos zu laufen. Also davor war König der Löwen, Aladin, Schön und das Biest, Bianca im Känguruland. Und Ariel, die Meerjungfrau, das waren die Filme, die davor liefen. Und ich fand halt ab Pocahontas und auch Glöckner von Notre Dame, Herkules, Mulan, Gingnoch, Tarzan, das waren alles dann so Filme, die nicht mehr so fand ich jedenfalls persönlich an diesen Erfolg der Filme davor anknüpfen konnte vom Thema her. An König der Löwen vom Erfolg, von den Zahlen her, war eh nicht dran zu kommen. Der hat wirklich alles geschlagen. Und dann gab es ein leichtes Auf und Ab in den Folgeproduktionen und Pocahontas. Ich befürchte, hat bei Disney nicht alle finanziellen Erwartungen erfüllt. Aber er ist ein vollwertiger, gut gemachter Disney-Film, den man sich bis heute ansehen kann. Und in Deutschland auf Platz 4. Dann war er nicht so unerfolgreich. Gehen wir ein Treppchen hoch. Ja. Da hätte ich zum Beispiel auch die Reihenfolge anders erwartet. Nicht, dass ich da jetzt enttäuscht bin, aber dass der da ganz oben zeigt doch, dass wir in Deutschland auch Romantik haben, oder? Ja, vor allem, wenn ich John Turtletaub lese, denke ich mal an andere Filme. Ich weiß gar nicht, ob der so viele Liebesfilme gemacht hat, aber ich kenne ihn halt hier von Vermächtnis der Tempelritter, Cool Runnings oder halt auch Harper's Island, aber... Phenomenon, glaube ich, hat er auch gemacht. Wenn ich mich mit Travolta, nee, wer war es? Nee, ach Gott, ich bringe mir... Ein Jahr später mit John Travolta, doch ist richtig. Ja, war es doch so? Danke. Manchmal traue ich mir selber nicht. Während du schliefst, ja, was soll man dazu sagen? Hätte auch McRyan spielen können, ne? Ich glaube, wenn du es nicht weißt, würdest du sogar vermuten, das ist doch ein McRyan-Film, ja, absolut. Es wirkt so, als wenn der Film McRyan gemacht worden wäre, aber es ist auch nicht schlecht. Unsere Sandra, Sandra Bullock. Unsere Sandra, ja. Ja, und auch hier, das ist das, was mich so ein bisschen manchmal an Liebesgeschichten, ich mag sie ja inzwischen auch, geht nicht ja zu, aber so ein bisschen stört, dass sie nicht sehr originell sind. Hier ist es, glaube ich, ja, wie soll man das Rezept grob umschreiben? Es gibt zwei Männer und sie glaubt, den Falschen zu lieben und zum Ende des Films merkt sie es aber noch. Ne? Oder? Kann man das so grob auf den Punkt bringen? Genau, richtig, korrekt. Also, ja, aber vielleicht bin ich dann doch noch ein bisschen zu sehr Mann, als dass ich da mehr erwarte. Ich glaube, die meisten Frauen möchten mir jetzt auf den Kopf klopfen. Das reicht doch, Mann. Was willst du denn noch? Ja. Starten wir weiter auf... Haben wir, ne? Wie er heißt, haben wir gesagt, oder? Während du schliefst. Oder was meinst du? Ich dachte, du meinst mich. Nein, ich bin nicht eingeneckt. Das sah nur so aus. Während du schliefst, war der Titel dieses Films auf Platz drei. Wir steigen rum auf Platz zwei. Tada! Ja. Der ist natürlich, ja, nochmal eine, das ist natürlich genau unser Thema, sagen wir es mal so. Denn, nach sechs Jahren Pause von den Bond-Filmen hat sich Martin Kempel dem Regieposten gesichert und hat mit GoldenEye quasi wirklich einen richtig schönen Neustart hingelegt. Was er dann nochmal wiederholt hat mit Casino Royale, interessanterweise. Und ja, GoldenEye mit Tina Turner als Titelsong. Ich glaube, das ist auch einer der erfolgreichsten Bond-Songs, definitiv, ja. Und Pierce Brosnan als steif-ärschiger Britte in GoldenEye passte wie die Faust aufs Auge, fand ich. War sein Debüt als 007-Agent und wie du schon sagst, man hat eine längere Lücke gelassen, nachdem man mit den Ergebnissen der Filme mit Timothy Dalton nicht wirklich zufrieden war. wenn ich mir die heute angucke, muss ich sagen, die haben eine sehr, sehr besondere und wirklich gute Qualität, aber es war wohl nicht erwartungsgemäß, was dabei rausgekommen ist nachher an der Kasse und vielleicht auch beim Publikum. Und man hat lange überlegt, wie es weitergehen soll. Für mich bedeutet GoldenEye der erste wirkliche Reboot dieses Franchise. vorher waren es immer fließende Übergänge oder eine Episode im Auftrag ihrer Majestät mit George Lazenby, der auch für mich völlig unterbewertet ist, ein großartiger Film und eine gute Geschichte hat. Und hier hat man wirklich sich Zeit gelassen und heißt gelassen oder wusste nicht, wie man es wieder anfassen soll und hat auch das Eisen ein bisschen abkühlen lassen und vielleicht auch damit die Spannung gesteigert, hat aber die Zeit genutzt, um, wie ich finde, einen für die Zeit richtigen Schauspieler zu finden, eine gute Story zu schreiben, denn es ist kein Originalbuch nach Ian Fleming. Und wie gesagt, auch der Titelsong ist legendär gut. Martin Campbell als Regisseur hat gute Arbeit geleistet und die Platzierung sagt, ja, Platz zwei, das hat funktioniert. Ja, James Bond. Immer, also, immer wieder ein Blick wert der Film und ich kenne die Story auswendig, da gab es auch ein sehr legendäres Nintendo-Spiel zu, zu GoldenEye, was ich in der Zeit halt auch rauf und runter gespielt habe und ich war eigentlich viel zu jung. Naja, gut. Ist verjährt, keine Angst. Genau. Nur alle Mut und geschlagen geben, das wird spannend. Ja, und wer kann, nicht, wer könnte nicht besser James Bond schlagen als ein kleines Schwein? Und er ist recht, wenn es Babe heißt. Ein Schweinchen aus dem Spiel gibt, was aber erstaunlicherweise, wenn du nochmal in die Charts reinschaust, auf Platz eins mit nur, in Anführungsstrichen, sechs Millionen Besuchern ist, ich kann mich nicht daran erinnern, wann oder wie oder überhaupt, überhaupt, heutzutage ist das doch eher, sagen wir mal, ein gutes Mittelfeld. Ja, total. Also vielleicht mal der Vergleich zum Vorjahr, der König der Löwen hatte seine, hatte fast doppelt so viel. Elf, elf Komma drei. Ja, war also Akino-mäßig jetzt nicht ein Brüllerjahr, also von der Gesamtzahl her. Und da konnte man dann mit nur, wieder in Anführungsstrichen, sechs Millionen Zuschauer an die Spitze stürmen. Ich überlege gerade, was 1995 war. Hatten wir einen Jahrhundertsommer, haben wir Fußball-WM oder irgendwelche anderen Dinge, die die Leute woanders hingedockt haben. Soziologische Untersuchungen werden uns die Antwort geben, aber nicht in den nächsten zehn Minuten. Gut. Nee. Ist schon interessant, genau. Ich könnte es dir auch nicht sagen, aber es war einfach generell ein recht schwaches Jahr, warum auch immer. Obwohl die Filme, wie wir ja gerade festgestellt haben, die Filme waren ja gar nicht so schlecht. Die meisten waren ja sogar recht gut. Ich fand die, durchaus, ich habe wieder Appetit gekriegt, mal einige aus dem Regal zu ziehen, mir nochmal anzugucken. Viele davon stehen ja bei mir hier dumm rum. Ich gehöre zu den alten Menschen, die sowas noch in Hardcopy zu Hause rumstehen haben. Ja. Du, ich habe einen kleinen Vorschlag. In Anbetracht der Zeit, da wir jetzt auch schon die anderthalb Stunden voll haben, würde ich gerne mit dir einfach in den nächsten Wochen nochmal mich kurz schließen, dass wir dann das Jahr 96 nachholen, weil wenn wir das jetzt noch machen, dann wird das jetzt auch zeitlich ausufern. Da würden wir einige in den Tiefschlaf treiben. Bei aller Brisanz und allem Spaß, den wir dabei haben, wir sollten es nicht übertreiben. Machen wir einen Zweiteiler. Was Harry Potter konnte, warum sollen wir es nicht auch machen? Aber da war es ein Buch, wir haben ja immerhin zwei Jahre, also es ist eine saubere Trennung. Ich glaube, der Schnitt lässt sich nachvollziehen. Dann würde ich vorschlagen, vertrösten oder reizen wir unsere wohlgesonnenen Zuhörer damit, dass wir sagen, das Jahr 1996 mit all seinen Auswüchsen, darüber unterhalten wir uns das nächste Mal. Wir hoffen. Genau. Da wir jetzt so glaube ich zum Ende kommen, mich nicht richtig verstanden habe. Es hat ihn bis hierhin viel Scharpass gemacht. Ja, ich glaube, ich mache jetzt Winke-Winke, freue mich darauf, jetzt auch noch ein paar Minuten selber an die frische Luft zu kommen und freue mich vor allem dann auf unseren 96er-Ritt. So machen wir es und wie Schweinchen Babes sagen würde, la la la, la la la, la 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 la, gut, in diesem Sinne, Peter, dir alles Gute, vielen lieben Dank, es hat mir wieder viel Freude gemacht, auch jetzt hier mit diesem Experiment mit dem Bild, fand ich das ganz nett. Ja, viel Erfolg beim Umzug, wann ist es soweit? Steht noch alles auf der Kippe, aber es gibt so viel, bei einem Sammler einzupacken, du ahnst es nicht. Ich verfluche mich gerade selber und wenn ich es auspacke, werde ich Stunden des Glücks erleben. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben, hoffe, ihr seid das nächste Mal auch dabei. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Jan, es war wunderschön, mal wieder dein Gast sein zu dürfen und ich freue mich wie gesagt aufs nächste Mal und von mir schon mal Tschüss. Genau, auch von mir, vielen lieben Dank, Peter, für deine Expertise, es war mir eine Ehre und eine Freude. Euch, liebe Hörer, einen wunderschönen März, genießt vielleicht die ersten Sonnenstrahlen draußen, ansonsten hoffen wir, dass die Kinos bald aufmachen, sonst guckt halt, was die Streaming-Anbieter hergeben, da kommen ja auch einige neue Sachen und wir hören uns dann in Kürze wieder. Bis dann, Tschüss. 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 Tschüss.